Nur weil er kein Risiko einging, machte Ruben Pfeffer Karriere. Die Leute wundern sich, warum sie eine Coli-Vergiftung bekommen. Laut Statistik wäscht sich nur jeder Sechste die Hände, nachdem er auf Toilette war. Was immer er machte, er wählte den sicheren Weg. Ich würde eure Ehe jederzeit versichern. Hallo, habt ihr Lust zum Tauchen? Ich glaube, das mit dem Tauchen lasse ich lieber. Wirklich? Und als er dachte, er hätte jedes Risiko vermieden... Ahoi, Matrosen! Oh mein Gott. Es ist nichts, wonach es aussieht. Ich hab das von deinen Flinterwochen gehört. Einfach furchtbar. Es tut mir so leid, Ruben. Komm her. Naja, es ist irgendwie etwas kompliziert. Nimm sie nicht in Schutz. Sie ist eine willige Hafen und wird's auch immer sein. Willst du nicht doch ein paar Tage freimachen? Mhm. Okay, gute Entscheidung. Legen kann! Ich glaube, ich hab mein Leben jetzt wieder voll im Griff. Ich werde mich mit Polly Prince verabreden. Hallo? Du kennst die Frau so gut wie gar nicht, Ruben. Du hast sie seit der siebten nicht mehr gesehen. Hi, hier ist Ruben. Nein! Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Kurs. Hast du mich gestern angerufen? Ähm, nein, ich denke nicht. Ah, eine Ratte im Haus! Er ist ein Frettchen. Er ist so gut wie blind. Süß. Weißt du, ich bin kein guter Fenster. Wenn man im Leben noch nie etwas riskiert hat, ist das erste Mal immer am schwersten. Wieso hast du Polly das Restaurant aussuchen lassen? Du hast einen empfindlichen Magen. Ist alles in Ordnung? Dürfte ich mal dein Bart benutzen? Das ist ein bisschen rücklos. Lock him out and speak to the lips of the blue. Oh nein. Nein! Nein! Oh mein Gott! Universal Pictures präsentiert. Seit wir zusammen sind, fühle ich mich unwohler, unplatzierter und körperlich kränker als je in meinem Leben zuvor. Ich konnte das alles nur überstehen, weil ich dich liebe. Wenn ich mit einer Frau ins Bett gehen will, verhaue ich sie vorher gern ein bisschen. Was? Naja, du gibst dir einfach einen ordentlichen Klaps auf den Hintern. Ich glaube, sie stand nicht drauf. Ja, manche Frauen finden das beleidigend. Jennifer Aniston Und dann kam Polly. Das Spiel geht los!